Fährer Test. Vielleicht ist das nicht der Einzige. Na? Wow, sei vorsichtig. So wahr ich hier stehe, sieh dir das an. Wir sind direkt unter der Kathedrale. Meinst du Rafe und Nadine wissen, dass das hier direkt unter ihnen ist? Tja, mit genug Sprengstoff finden sie es irgendwann heraus. Oh, das war eng. Okay, wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Gute Idee. Suchen wir einen Weg hoch. Oh, da war es. Warte. Ah. Ich habe hier oben was für dich. Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer da zu kommen. Gute Idee. Ah. In den Haltgriffen, die Haltegriffe in der Mauer. Wo sind die Haltegriffe? Was? Aha. Okay. Die machen es einem echt nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter als die und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Mal sehen, was hier drin ist. Hey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf deinen... Ja, ich pass auf meinen Aum. Echt jetzt? Was? Soll ich langsamer machen? Hier lang. Ja, vielleicht hier durch? Ich sehe hier ein Licht. Oh, da kommt ein... Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Oh, das ist logisch. Kann man da rüber? Bestimmt. Hey, warte. Hör mal. Nadine? Na, ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekommen mit dem Dynamit. Sie sind die hundert bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in zwei Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte. Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay? Danke. Ich sag Ihnen, sie sollen dich warnen, bevor sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein. Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Hände. Die Auktion war die sauberste Art, das Kreuz zu bekommen. Aber statt auf mein Wausgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso, wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour Light. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Hm. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rave dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. Von welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Hm. Hm. Entschuldige bitte. Ah, da. Sie haben einen Schatz gefunden. Hm. Ja. Ah, komm her. Ah, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Ha, das steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Tee. Auch nicht. Wo kommt man denn? Hm. Darüber, ja. Aber... Kommt man irgendwie rum? Nee, sieht nicht so aus. Ja gut, das ist klar, dass man da nicht hochkommt. Aber hier... So hoch ist das doch gar nicht. Warum machen die da keine Räuber, leider? Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Dann machen wir das so. Oder auch nicht. Das war nicht weit genug. Ach, Mann, oh, das gibt's doch nicht. Na, geht doch. Hm. So, die Kiste. wo soll sie hin ah so ok ja 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 verdammt wir nähern uns definitiv der Kathedrale oder dem was übrig ist ja ich glaub dort waren wir schon ja also das ist viel raffinierter als ich erwartet hatte aber echt dafür haben die Jahre gebraucht ein schickes Versteck für die 400 millionen Scheine wird schon tief gehen ja hey was war das denn ja okay geschafft was ist der Plan ich arbeite noch dran ach quatsch ja 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 So, da war ja noch was. Das ist ja wahrscheinlich... Liegt das da wieder? Nee, doch nicht. Nein! Was mache ich denn? Verdammt! Na, alle guten Dinge sind drei. Ich könnte schon tief gehen. Den Rücken bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay. Wir hängen unsere Seile da an. Das geht. Das geht also. Ich bin für die Kiste. Das geht auch. Jedes Mann hat euch alles gut gemacht. Ich bin für die Schuss. Ich bin für dich. so kommt ja es geht doch ich weiß nicht wie schnell er drüben es hier geht es nicht durch und kommen wir weiter das war wohl noch ein test aber alles ist ins meer gestürzt test heißt jetzt wohl zum teufel kommen wir rüber ja wieder klettern aber schafft er das wahrscheinlich nicht lesen es sei gesagt dass ich thomas howard kapitän der dauntless ein leichtgläubiger nahr bin es begann alles mit dem kreuz eine kryptische nachricht meines alten landmannes mit wagen versprechen des paradieses ich war skeptisch aber der gedanke daran den rest meines lebens zu hause zu verbringen und mich zu fragen was hätte sein können war einfach zu viel und einen brief vom könig vom könig der piraten ignoriert man nicht ich habe es überlebt an der küste madagaskars ausgesetzt zu werden ich habe den angriff des ostindien fahrers pemburg überlebt aber das hier werde ich nicht überleben mein bein ist gebrochen und meine crew zu feige einen fuß in die gottverdammte hülle zu setzen hört meine hilferufe nicht wer hätte gedacht dass meine taten mich hierher bringen würden und einen unerfahrten tod fern von zu hause zu sterben möge gott persönlich dich verfluchen henry avery und möge mein gesicht mein geist dich für den rest deines lebens heimsuchen nein da geht es nicht weiter ach da die brücke ok super sicher aussehende holz dinge könnte helfen versuchen wir es na das war ein schon schief gehen ok Okay. Ne. Ah, er muss da auf die... Okay, alles klar. Alleine geht's nicht. Wir werden schon schiefgehen. Halt, das geht nicht. Du bist zu niedrig. Ja, weiß ich selber. Ah, das kann natürlich sein. Das hat... Ich drücke es runter. Los. Du drückst es runter? Nicht wirklich, oder? Nein, Mann. Was soll die Scheiße denn? So geht's schon mal nicht. Ich drücke es runter. Los. Ich mein... Mal sehen. Ich fülle mal einmal hier komplett rum. Ah, jetzt ist das 100%ig aus... Ah, ne. Das bringt es also nicht. Ja. Das gibt's doch nicht. Viel zu schnell. Äh, geht viel zu schnell. Oder kann man da hoch? Aber ich glaube nicht. Ach nee, Quatsch. Ich mein da hoch, so. Oder kommt man da... Oh, Mann. Warum nicht gleich so? Schafft. Okay. Äh, cool. Und ich? Stimmt, ich... ...sehe mich auch. Cool. Cool. Ich warte einfach. Hier. Oh, Mann. Nee, wollte ich gerade sagen. Glück gehabt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na? Wie zu überheblich. Wie überheblich. Es ist ein Wunder der Ingenieurskurs. Kommst du? Ja, Sekunde. Na? Okay, ich hab hier ein Gewicht für die Wippe. Ich hab hier ein Gewicht für die Wippe. Alles klar. Und... Was für ein Zufall. So, danke. Ein weiterer Test erledigt. Er meint, wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Okay. Die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt. Wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Nein, gewöhne ich mich nie. Schon wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Ist das einzig wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Abgehen. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Na ja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Abgehr. Schon klar. Bitte sei keine Falle. Wow. Erkennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay. Toll. Und was dann? Der Nordpol. Das Weltall. Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er... Er suchte Leute. Wer suchte... Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Bitte. Ah, scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster Waffen hat nicht gereicht. Äh. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay? Ja, aber, ähm... Wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber... Es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Ja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar. An dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Verschließen Sie! Komm! Oh, wo hin? Ja! Ja! Stasen! Raus da! Ich gebe Deckung! Mach ich! Stasen! Die Kruzifix! Ich bin okay! Ich bin selbst runter von den Dägen! Die Kruzifix! Komm schon! Komm schon! Du musst mir helfen bleiben! Ha! Mir fällt wieder! Schön unten bleiben! Was ist der Plan? Ah, fuck! Ja, ich bin gespannt. Okay. Das war zwar irgendwas hier, ne? Hab ich noch ne andere Waffe? Nö, natürlich nicht. Nathan, komm schon! Ja, ich bin sicher. Was ist das zu bedeuten? Ja, ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Das war's für heute. Na komm. Was ist mein Kollege denn jetzt? Bin ich hier richtig? Fragezeichen. Ach da, da ist er ja. Alles klar. Ja. Schau! Ah! 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 Fuck! Fuck! Da-da! 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 Wollen wir da mal rüber? 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 AK wieder... Auf das Gerüst! Wir sind sicher! Herr Junge, hier oben kann ich nicht landen. Schafft ihr es zum Warten? Ja, lande mal. Irgendwie kommen wir zu dir. Was? Hier rum? Nee, sicherlich nicht, oder? Nee. Nein! Das war knapp, wie immer. Hat Victor nicht etwas von schönem Wetter erzählt? Ich sehe nichts! Einfach weiter runter bis zum Wasser! Ach, da geht es weiter. Nein! Das war eng! Ah, fuck! Schnell noch Munition einsammeln. Hier oder? Ja klar! Immer doch! Oh! 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 Äh! Komm, jump rein. Das war verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier. Wir sind reich. Herrje. Immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja, vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des Heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung. Die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor. Wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas II war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangi's Hawaii-Schatz wie Kleingag gewirkt. Genau. Heiliger Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genauer? Kings Bay. Das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also... Du weißt schon. Worüber lachst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben. Die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt ein Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Hey. Hey, Nate. Hi, Süße. Hi. Ich hab versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du. Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch zehn Tage oder so. Och, zehn Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut. Ich meine, diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich hab keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Und? Was suchen wir hier draußen? Tja, die... Bautat or... Bautat. Bautat nicht aufgegangen... Vielen Dank.